Willkommen in der Zukunft Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft keine Anwendung mehr finden, so helfe Ihnen Gott. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Gewichtete Würfel kalibriert. Wunderbar! Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG WDR 2022 Das war's für heute. Aktiviert! Aktiviert! Wer darf? Sau! Mach kurz! Mach kurz! Mach kurz! Nein! Glückwunsch! Diese Bandansage geht davon aus, dass sie das Prinzip der Fortbewegung durch Portale gemeistert